Könnt ihr euch noch an diesen notgeilen Hasen- und Klebstoffliebhaber Schnuffel erinnern? Oder an Schnappi, das kleine Kokodil, das heute nur noch als Damenhandtasche eine tragende Rolle spielt? Oder sagt euch Papa Penguin noch was? All diese Tiere, vereinten fiese Ohrwürmer, waren wochenlang in den Shards, kubbelten die Oropax-Industrie kräftig an und sind erfolgreiche YouTube-Videos. Doch ein Lebewesen schickte sich nun an, all diese Tiere vom Thron zu stoßen, und wurde das erfolgreichste YouTube-Video aller Zeiten. Und das mit einem Kinderlied aus Südkorea. Was steckt dahinter? Das gibt's in dieser Folge von Hashtag Blackground hier auf ungeschminkter Blackscreen. Abonniere gerne den Kanal, um noch mehr Videos zu sehen, mit der ungeschminkten Meinung über alles, was auf deinem Screen läuft. Niedliche Animationen, lustig tanzende Kinder und ein eingängiger Song. Das macht das Video Baby Shark aus, zumindest für Kinder. Ich selber musste mir bei diesem ganzen digitalen Zucker erstmal eine Diabetes-Spritze reinrammen. Zwei Kinder stellen in diesem Video zu einfachen Liedversen Baby Shark-Di-Di-Di-Di eine Hai-Familie mit unterschiedlichen Handbewegungen vor. Den Hintergrund bilden Szenen einer knallbunten Zeichentrick-Unterwasser-Landschaft, wohingegen selbst Bikini Bottom wirkt wie Gotham City. Aber es scheint ein Erfolgsrezept zu sein, denn der Clip ist mit über 7,1 Milliarden Aufrufen das meistangesehene YouTube-Video aller Zeiten. Wer also glaubte, die Spitze der All-Time-YouTube-Charts führe ein bekannter Musiker, YouTuber oder vielleicht ein US-amerikanisches Unternehmen, liegt mächtig daneben. Auf Platz 1 befindet sich ein Kinderlied, das 2016 veröffentlicht wurde und seinen großen Durchbruch 2018 erlangte. Und jetzt hat es auch noch den globalen Hit Despacito von Luis Fonsi und Daily Yankee von der Spitze der YouTube-Charts verdrängt. Aber das finde ich gar nicht so schlimm, denn Despacito lief viel zu oft im Radio. Und ganz ehrlich, wer sich im Radio Despacito wünschte, der reserviert ja auch Tische bei McDonalds. Baby Shark ist vom US-Verband der Musikindustrie nun sogar als Diamant-Single zertifiziert worden. Die Recording Industry Association of America versieht eine Digital-Single im Falle von mehr als 10 Millionen verkauften Einheiten mit dem Diamant-Status. Damit ist es die erste südkoreanische Produktion und das zugleich weltweit erste Kinderlied, das den Diamant-Status erhielt. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ich sollte meinen Content auch einfach umstellen. Ich brauche einfach nur so ein süßes Tier-Maskottchen, das so viel Text aussagt wie Scooter, dann noch ein eingängiger Refrain und fertig ist der Hit. Doch wer steckt hinter diesem Mega-Erfolg? Der YouTube-Channel, auf dem Baby Shark veröffentlicht wurde, nennt sich Pinkfong Kids Songs and Stories und wird von dem südkoreanischen Unternehmen Pinkfong betrieben, welches Lehrvideos für Kinder entwickelt. Pinkfong wiederum gehört zum Educational-Entertainment-Unternehmen Smart Study. Und Smart Study wurde 2010 als Tochtergesellschaft von Samsung gegründet. Samsung ist somit der Übeltäter des Ganzen. Na gut, zugegeben, ich als Erwachsener bin nicht wirklich die Zielgruppe. Und wenn ich das Video anschaue, denke ich zumindest daran, mir mal wieder Kondome auf die Einkaufsliste zu schreiben. Aber für Kinder und Familien ist das ganz guter Stoff und kaum zu kritisieren. Das Geschäft mit den familienfreundlichen Videos boomt jedenfalls. Denn viele Eltern nutzen YouTuber als einfachen Unterhaltungskanal zur Beschäftigung ihrer Kinder. Wäre ja auch viel zu viel verlangt, bei den Kindern rauszugehen und fangen zu spielen. Social Distancing, Leute. Sogar auf dem Siegertreppchen der YouTube-Topverdiener befinden sich zwei Kinder. Die Nummer 1, Ryan Kaiji von Ryan's World, ist erst 9 Jahre alt. Das muss man sich mal vorstellen. Heftig. Ich sollte echt auch mehr Kinder-Content produzieren. Also liebe Kinder, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn das Krokodil beim Kaschballtheater versucht, den Zappball aufzufressen. Bis dahin. Baby, warte, 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 warte. Baby, warte, 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 warte. Baby, warte, 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 warte. Ventilekom am Start.